Willkommen zurück zur nächsten Adventure Map. Die nächste Adventure Map, äh, ja. Ich habe ja gestern nichts hochladen können, weil ich keine Zeit habe, irgendwas aufzunehmen. Heute weiß ich auch nicht, ob ich viel Zeit habe. Ich nehme erst mal eine Adventure Map auf, der Schatz von, weiß, weiß ich. Schiebsjahr oder so heißt die Map. Aber das soll heißen, der Schatz. So. Oh Gott. Muss eben noch Inventar zu versuchen. Da. Muss, ich soll den Game-Mod ausmachen. Wann mach ich auch mal auf? Kretel-Mod auf. Oh. Und schon haben wir alles. Ach ja, ich soll das Inventar auch noch löschen. Hat er alles geschrieben am Anfang. So. Jetzt können wir anfangen. Ja, und. So. So, jetzt ist alles fertig. Hey, du kleine Wicht. Ja, fang, bist du scheiße wahr. Aber ich kann nicht helfen. Drück einfach den Knopf dran, sonst bist du irgendwie... Ja, fang. Der Knopf bringt dich raus hier. Also, drück den Knipschick, okay? Drück den Knopf. Okay, das ist das soll... Der meinte, der hat das alles in Akzent geschrieben. Also, drück den Kammisch, okay. Jawohl. Mach ich. Warum leckt die Map? Oh Gott. Nee, danke. Tunnel. Immerhin der Tunnel, ne? Das ist das Wichtigste. Diamant. So, du Idi, du glaubst nicht jeden. Ich hab dich doch nur ver... Ich hab dich doch nur... Ach, 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 da steht dann nix mehr. In meine Falle laufen lassen. Nun, was machst du? Jazze. Tja, ich geb dir Jazze ne... Anweisung. Achso, ich geb dir jetzt ne Anweisung. Damit du... Wollt denn... Wollt... Damit du... Nichts... Was? Achso, wenigstens soll das heißen. Irgendwas zu gebrauchen bis. Dieses Schild ist leer. Jo. Wunderschön. Meint ne blöde Maus. Was hat denn der gebaut, dass das so heftig leckt, sobald ich die Tür öffne? Okay. Anweisung. Falls du sie nicht findest. Anweisung. Wehe, du setzt auch nur einen Block. Zweitens. Nur Hexen können fliegen. Willst du etwa verbrannt werden? Drittens. Du glubst doch nicht wirklich an Zombies. Etc. Viertens. Ich spreche nur mal so. Also nicht bemängeln. Sonst Kopf ab. Fünftens. Gefangene nennen wir ihn Mr. Moore empfinden. Wir sind... in den nächsten Ruhm. Kapisch. Was das mit dem Akzent ist, das ist mir alles zu hoch. Oder zerstörst du etwas. Mittelalter-Geschichte. Ach, ich verstehe diese Scheißwand nicht. Ich gehe weiter. Wir sehen uns oben. Jo. Okay. Schnapp dir ein Boot. Ähm... Wieso nicht? Ja. Ähm... Ja. Ah. Oh, ein Wasserfahrstuhl. So. Oben bin ich ja schon mal. Geh mal. Blödes Boot. Aus. Scheiße. Nein. Genug Luxus. Luft ne Leider. Warum hat er das alles mit diesem Akzent geschrieben? Sorry, ich verstehe es nicht. Ich kann ihn erstens nicht richtig aussprechen. Und zweitens ist es ein Akzent. Was hat er denn da oben gebaut? Käfig. Ach, das ist ja... Oh. Irgendwo mitten im Meer hier, wa? Wie sieht denn das alles aus hier? Wie wird... Nein, Spaß. Wuppe-Dippe. Schiff deiner ehemaligen Mann-Napper. M-Napper. M-Napper. Schiff deiner ehemaligen M-Napper. Dieses Schiff ist nun Deko... Dieses Schiff ist nur Deko, kann ich da hinten lesen. Ja, durch das Zoomen kann ich das lesen. Ein Set. Ich wette, er hat diese Map zu 100% für Zombie oder so gebaut. Denk ich mir mal. So ein Penis. Ach, der Herr hat es auch endlich geschafft. Ein Körbis. Reichweite wegen Tötungsgefahr. Luf ans Festland und geh in den Ruinen von... Und Borg. Den Schatz für Mie. Okay, la 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 la. Ich brenne. Ich brenne. So. So, nun bist du endlich auch hier. Na, angekommen. Da, Wanda. Komm, los, hol die Schatzu. Überwinde die Fahlin. Schwizrikula. Von hier aus kann ich die... Beileiten. Begleiten soll das wohl heißen. Dieser behinderte Müll-Akzent. Ne, hättest du auch einfach normal schreiben können, die Schilder? Haha, haha. Okay, ich sollte, glaube ich, runterfallen. Meine Erste, das war so eine Reaktion so. Fliegen, weißt du? Runterfallen, fliegen. Ah, tot. Safe Point. Test 1. Jump and 1. Leicht. Ist nicht Nacht, also scheiß drauf. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Wieder zurück zum Anfang. Ja, ich habe mein Safe Point nicht gesetzt und dann müsste ich wieder hier ganz hinrennen. Und nochmal. Nochmal. So. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh. Uff. Ich will ins Bett. Oh, kann ich sogar. Fail. Okay. Safe Point ist jetzt doch gesetzt. Das heißt, jetzt können wir auch wieder sterben. Da muss ich nicht fliegen. Dammit, 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 dammit. So. So. Bam. Und Hund. So. Und noch mehr Lava. Test 2. Quizfucker. Erstens. Wieso bist du hier? Zwei Schalter müssen gedrückt werden. Geld. YouTube Partnerschaft. Ich weiß es nicht. D. So ein Kerl mit einem Kürbiskopf hat mich reingeschickt. Und ich weiß es nicht. Und wegen Partnerschaft. Und wegen Geld. So. Einfach wegen allem. So. Frage 2. Wann hast du deinen Kanal gegründet? Am 13.05.10. Irgendwann. Am 14.05.10. Äh. Was ist x? Frage minus 3. Äh. Frage 3. Bereich Mathe. Zweimal plus. 2x plus 3 ist 47. Was ist x? Uh. 52. 42. 1. 24. 27. Ha. Die richtige Antwort ist natürlich. Natürlich war die richtige Antwort 25. Äh. Ich wusste es natürlich. Ich wollte es euch nur nicht sagen. Tut mir leid. Tut mir leid. Hä? Oh. Okay. Ich dachte schon. Was ist jetzt los? Du hast dich als würdig erwiesen. Nun nimm den Schatz und geh. PS. Du kannst nie wieder zurück. Okay. Oh. Ich hab den Schatz. Ich darf nie wieder zurück. Oh. Knopf. Was? Ah. Okay. Einfach mal hoch gehen. Warum auch nicht? Äh. 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 Da oben muss irgendwas Spannendes sein. Ich hoffe was zum Spielen. Und. Hallo. Gut. Erstens. Gut. Du hast es also endlich durch diese Ruin geschafft. Nun gib mir mal den Schatz. Dann. Dann. Jans degen. Deine Gedanken. Achso. Dann. Gib ich es ihnen. Oder. Drück ich den Knopf. Gar nichts von beiden. Ich geh jetzt nach Hause. Trotte. Er lebt. Er ist tot. Nehm den Weg für den du dich entscheiden müssen hast. Ich geb ihm den Keks. Warum nicht? Er kommt mir sehr vertrauenswürdig. Obwohl ich töte ihn noch. So. Er hat den Keks und ich hab ihn getötet. Aber wir gehen mal durch er lebt. Sag mal. Du hättest dich rächen können. Aber du hast ihn einfach den Keks gegeben. Falls du bewerten machst. Das war es mit meiner Adventure Map. Ich hoffe es hat dir Spaß gemacht. Obwohl ich sie irgendwie so einfach finde. Erbauer. Mr. Fledis YouTube. Rate mal. Blablabla. Freiheit. Freiheit. Weißt du. Ich hab mir einig. Ich kann nicht mehr reden. Gut gemacht. Du konntest dich rächen und noch einen Keks abgreifen. Feiner Mr. Moor. Danke fürs Spielen meiner Map. Ich hoffe sie ist nicht zu einfach. Und ich hoffe du hattest ein bisschen Spaß bei den Aufgaben. Dies war meine erste Adventure Map. Erbauer Mr. Fledis IP. Auf YouTube heiße ich genauso. Falls du bewerten mit dem TNT ist in der Kiste. Freiheit. Egal was ich mache. Ich komm immer in die Freiheit. Wie lame. Okay. Das war die Adventure Map. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. von Let's Play Hero Adventure Map. Was ich immer noch nicht begriffen habe. Warum ausgerechnet bei dem Schiff hier. Oh. Da ist ein Schild. Ähm. Äh. Hm. Hey du Kleiner Wicht. Ihr fangen müsstest du scheiße. Aber wa? Kann nicht helfen. Drück einfach den Knopf. Dann siehst du ein bisschen. Ach so. Das ist der Anfang. Lame. Ich gebe dem Map. Ein C-. Ja auch wenn es die erste ist. Ich weiß nicht. Ob sie genau für mich ist. Weil das hat mich ziemlich verwirrt. Äh. Und ja die Aufgaben ging eigentlich. Ich fand das halt nicht so. Also mit dem Akzent ist ja alles schön und gut. Ich fand es halt nicht so super mit dem Akzent. Ähm. Und deswegen eine 3 minus. Hm. Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss. Und. Ja.